Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video Tutorial für Creative Aktuell. Heute geht es um die Neuerung der nächsten InDesign Version, die macht sich bei euch bemerkbar als InDesign CC 2018. Dieses Mal habe ich neun Neuerungen für euch, deswegen werde ich auch nicht auf alles explizit eingehen, aber ich werde euch einmal kurz durch die ganzen Funktionen durchführen, damit ihr wisst, was es alles Neues gibt. Zum ersten gibt es natürlich Bugfixes, eine ganze Reihe davon, die werdet ihr dann in den Release Notes finden, aber ich zeige euch jetzt natürlich die hauptsächlichen Neuerungen, die wirklich InDesign bereichern. Punkt Nummer 1. Ihr habt eine Schrift, ich nehme jetzt meine Überschrift hier beispielsweise, und ihr seid nicht ganz zufrieden mit der Schriftart. Wie findet ihr eine ähnliche oder eine passende Schriftart, die ihr braucht? Dazu könnt ihr jetzt folgendes machen, ihr geht oben in euer Schriftmenü rein und dafür gibt es jetzt eine neue Funktion und zwar gibt es die Ähnlichkeitssuche. Hier könnt ihr einfach euch ähnliche Schriftarten anzeigen, die der aktuell ausgewählten eben ähnlich sind, nach gewissen Kriterien. Man kann sie auch relativ gut erkennen, was hier so alles in den ähnlichen auftaucht. Und die zweite Variante, die es hierfür gibt, ihr könnt nach Klassensortieren, also Riefenschriften beispielsweise oder Skriptschriften, alles, was ihr so wollt, könnt ihr einfach auswählen und dann kriegt ihr nur die entsprechenden Schriftarten hier angezeigt. Punkt Nummer zwei und dazu wechsle ich mal auf die zweite Seite. Was ihr ja schon lange machen könnt, ihr könnt mit Verläufen arbeiten. Und was immer relativ nervig war, in den Farbfeldern musste man das immer ganz weit nach unten schieben, wenn es hier viel gab. Und inzwischen ist es jetzt eben auch möglich, Verläufe innerhalb von Gruppen zu sortieren. Also alle, die mit vielen Farben arbeiten, das Ganze wird jetzt etwas einfacher. Punkt Nummer drei und das hat Adobe vorher auch schon mal als Sneak Preview rausgegeben. Und zwar, dazu wechsle ich jetzt mal in den normalen Layout-Modus, war es früher immer relativ schwierig bei langen Textdokumenten mit der Rechtschreibkorrektur, den Umbrüchen und den Trennungen. Und dafür gibt es jetzt eine fantastische Neuerung und zwar in den Grundeinstellungen. Im Bereich des Wörterbuches kann man jetzt umschalten, nicht nur zwischen Proximity und Hanspell, was neu mit CSX kam, sondern man kann umschalten auf Duden. Und zwar, das ist eine entsprechende Variante, die eingeführt wurde früher immer als Plugin. Das Problem war, man muss das immer mitgeben. Und jetzt kann man direkt nativ auf Duden umschalten. Hier gibt es auch diverse andere Auswahlmöglichkeiten. Und wenn man jetzt mal zurückgeht, sieht man schon, das Ganze sieht wesentlich besser aus. Und es gibt auch ein paar Einstellungen, die man jetzt nutzen kann, um unschöne Dinge im Satz zu heben. Beispielsweise, was früher beim Proem hier unten beinhalten wurde, immer relativ komisch getrennt. Dafür könnt ihr jetzt halt auch auf Basis der Absatzformate entsprechende Korrekturen vornehmen. Ich gehe jetzt mal in mein Format hinein. Und hier habt ihr eben zwischen den klassischen Möglichkeiten, ganz normal die Rechtschreibkorrektur zu verwenden, auch Möglichkeiten, das alles genau einzustellen. Und zwar könnt ihr jetzt im Bereich der Silbentrennung hier unten einstellen, wie ihr das Ganze handhaben wollt. Das heißt, für meinen Blogsatz lasse ich mal nicht alle Trennungen zu, sondern ich sage hier mal alle außer unästhetische. Das heißt, sowas wie beinhalten würde jetzt korrekt getrennt werden. Für Überschriften bietet sich zum Beispiel ästhetische an, dann wird wirklich nach typograschen Vorgaben getrennt. Ich mache das mal und ihr seht hier unten, mein Beinhalten ist jetzt eben nicht mehr so unschön getrennt, sondern es ist wesentlich besser getrennt. Punkt Nummer vier. Und das ist auch eine Sache, auf die ich mich sehr gefreut habe. Ich habe hier mal in dem Bereich einen Text vorbereitet und der soll mit dieser schönen Linie versehen werden. Wie ihr erkennen könnt, das ist halt ein festes Objekt. So musste man es immer handhaben. Und das Ganze ist natürlich schwierig. Wenn ich jetzt eine Textkorrektur mache, dann muss ich jedes Mal diesen Rahmen anfassen und muss sie entsprechend so verschieben, wie ich ihn gerne hätte. Das ist etwas nervig. Und das Ganze mache ich jetzt mit CC 2018 einfach mit einem eigenen Format. Das heißt, jetzt ich kann es euch mal zeigen, ich lösche auch mal ein bisschen Text raus, verändert sich das Ganze dynamisch. Wie geht das Ganze? Und zwar gibt es hierfür jetzt in den Formaten eine neue Option. Und zwar heißt die entsprechend nicht mehr Absatzstattierung, was es vorher gab, sondern Absatzrahmen. Und hier kann man schon sehen, hier gibt es unendlich viele Möglichkeiten, das Ganze einzustellen. Ich kann den Versatz definieren, wenn ich möchte. Ich kann die Rundung definieren. Also alle mögliche Dinge. Und auch in der Absatzstattierung gibt es ein paar Dinge hier im unteren Bereich, die sind neu hinzugekommen. Also da habt ihr jetzt auch ein bisschen mehr noch davon. Der nächste Teil, den ich euch zeigen möchte. Und hier geht es um etwas, was mich auch schon lange nervt. Ich habe jetzt hier einen Rahmen, der soll in einer Marginalspalte sitzen. Und der ist natürlich zu breit. Das heißt, ich könnte jetzt mal jedes Mal wieder hergehen und könnte ihn entsprechend hinschieben. Und das Ganze ist aber natürlich nervig, wenn man immer neue Objekte einfügt. Man muss es immer hagener auf die Linienbreite ziehen. Das ist anstrengend. Und das Ganze lässt sich jetzt elegant machen mit einem normalen Objektformat. Ich habe hier mal eins vorbereitet. Das heißt jetzt Size. Wenn ich da draufklicke, seht ihr, was passiert. Oh, es passt sich automatisch an. Das heißt, man kann jetzt die Positionierung eines Rahmens und die Größe in den Objektformaten einstellen. Ich zeige es einmal ganz kurz. Hier gibt es halt die Optionen für Größe und Positionierung. Das heißt, ich kann den X-Versatz definieren und ich kann auch endlich eine feste Breite oder auch, wenn ich möchte, Höhe und Breite oder nur Höhe hier definieren. Das heißt, wenn jetzt möchte beispielsweise, dass der Rahmen ein bisschen kleiner wird, mache ich das einfach kleiner und es passt sich automatisch auf alle Objekte an, die mit diesem entsprechenden Objektformat versehen sind. Weiter geht's. Eine Sache, die mich auch lange genervt hat, ist, wenn ich hier einen Text habe und ich möchte diesen Text in 20 Publikationen verwenden, dann muss ich den natürlich immer entsprechend umkopieren. Das ist langwierig und wenn mehrere Leute an einem Projekt arbeiten, ist das sehr gemein. Gerade bei sowas wie einem Impressum möchte man ja davon ausgehen, dass es immer und überall gleich ist und wenn es eine Änderung gibt, dass das auch überall angepasst wird. Und jetzt ist es endlich möglich, innerhalb der CC Libraries nicht nur Hausfarben oder Zeichen oder Absatzformate einzufügen, sondern ich kann einfach einen Text nehmen, kann den auch hier reinziehen und früher wurde es immer zu einem Bild gemacht, bis CC17. Jetzt wird es ein echter Text. Und wenn ich den hinzugefügt habe, kann ich den natürlich benamen. Und jetzt kommt das schöne, rechtsklick, ich kann es platzieren und verknüpfen oder ich kann es sogar ohne Formate platzieren. Dann habe ich also nicht mehr die Textformate mitgezogen. Und dann kriege ich auch, ich mache das jetzt mal die normalen, platzieren und verknüpfen, kriege ich halt auch entsprechend ein Symbol, was mir sagt, hier das Ganze ist verknüpft. Und daher könnte ich jetzt auch zentral hergehen, einmal dieses Objekt bearbeiten und alle Dokumente, die diesen Bereich enthalten, würden entsprechend automatisch gehandhabt werden. Der nächste Teil, und das ist auch eine Sache, auf das sich sehr, sehr viele Menschen freuen werden, ihr möchtet hier in diesem ganzen Dokument irgendwo Fußnoten sammeln. Aber die Fußnoten sollen eben nicht als Fußnote jeweils am Ende des entsprechenden Rahmens erscheinen, so war die Regelung bis jetzt, sondern jetzt gibt es eine neue Möglichkeit dafür. Und zwar könnt ihr sagen, ihr möchtet das Ganze als Endnote einfügen. Ihr könnt ganz normal Optionen definieren, wie das Ganze ausschauen soll. Und ich füge jetzt mal meine erste Endnote ein. Und jetzt fragt er mich, wo soll das Ganze hin? Es gibt nämlich zwei Optionen. Entweder an das Ende der Story auf die nächste Seite oder ich ziehe mir einen beliebigen Rahmen auf, an beliebiger Stelle und kann jetzt meine Endnote hier rein formatieren. Das Ganze kann ich da noch entsprechend machen, wenn ich eine andere Stelle haben möchte. Also beispielsweise hier noch irgendwo, da möchte ich jetzt auch noch eine Endnote reinhaben. Selbe Spielchen von vorne, Endnote einfügen. Hier mache ich mal ein bisschen Text rein. Und ich kann auch jetzt einfach vorher gehen. Das ist ja auch das Schöne dabei. Füge noch eine Endnote ein und automatisch ändert sich auch hier die Nummerierung. Das heißt, das Ganze ist jetzt dynamisch miteinander entsprechend verknüpft. Und ich kann diesen Rahmen auch einfach nehmen, irgendwo anders hinlegen. Das ist völlig egal. Er ist weiterhin verknüpft mit diesen Objekten. Wenn ich jetzt mal hier einen Teil wieder rauslösche, sieht man auch, was passiert. Das Ganze liegt hier unten auch entsprechend korrekt raus. Also ihr könnt endlich vernünftig mit Endnoten arbeiten. Und für alle Leute, die auch gerne mal Fußnoten irgendwo an die Seite gestellt haben, auch das ist natürlich jetzt endlich eine Option. Ihr könnt einfach eure Fußnoten irgendwo an die Seite platzieren. Die sind trotzdem korrekt verwaltet, ohne dass ihr damit Probleme habt. Kommen wir jetzt zum letzten Bereich. Und zwar, da geht es um das Thema Ausgabe. Wenn ihr Dokumente ausgeben wollt, dann gab es so bei einigen Formaten ein bisschen Probleme. Punkt Nummer eins, was sich verbessert hat, ist jetzt die Ausgabe als HTML. Und dafür gehe ich mal in die Exporttext. Und zwar könnt ihr jetzt eine Sache machen, die es vorher nicht gab. Ihr könnt jetzt sagen, ob das Ganze in HTML eingeschlossen werden soll oder nicht. Und das betrifft jetzt maßgeblich hier diese Klassen. Das heißt, in dem Fall, wenn ich jetzt hier an irgendeiner Stelle den Haken rausnehme, kann ich halt selektieren, ob da was rauskommt oder ob da was nicht rauskommt. Sehr schöne Sache. Und weiterhin auch im Exportdialog, wenn ich das Ganze jetzt mal ausgebe als entsprechendes HTML-Dokument, dann kann ich einfach jetzt sagen, pass mal auf, ich möchte beispielsweise Klassen in HTML nicht einschließen. Das heißt, wenn ich hier draufkriege, kriege ich plain HTML. Und das ist etwas, was sich viele schon lange gewünscht haben. Jetzt kann ich nämlich einfach diesen Code nehmen und kann ihn zum Beispiel in ein beliebiges CMS-System kopieren, sodass das Ganze eben korrekt dort verwendet werden kann. Der zweite Bereich, der interessant geworden ist, und da gibt es sehr viele Neuerungen, die zeige ich jetzt gar nicht alle hier, ist das Thema PDF im Bereich Barrierefreiheit. Und da gab es einige Sachen auf der Editierseite, sage ich mal. Ein klassisches Problem, was Leute immer hatten, ist, dass sie ist jetzt ein Diagramm. Und wie man sehen kann, habe ich das zusammengestellt aus einzelnen InDesign-Objekten. Und da war früher immer das Problem, die InDesign-Objekte so in der Form oder auch einzeln konnte man nie korrekt ausgeben. Und jetzt funktioniert das. Ich kann das Objekt gruppieren, kann jetzt ganz normal in die Objektexport-Option reingehen, kann hier einen entsprechenden Alternativtext hinterlegen. Ich mache jetzt mal nur einen kurzen Alternativtext. Und dann würde dieses Objekt korrekt ausgegeben werden, inklusive des entsprechenden Alternativtextes für alle, die sich mit barrierefreien Dokumenten beschäftigen, extrem wertvoll. Andere Sachen, die es damit auch noch gibt, ist beispielsweise das Inhaltsverzeichnis, wird jetzt mit dem korrekten Tag versehen. Und eine Sache, die habe ich unten eingebaut, es gab immer einen Bug, dass die Nummerierung von Listern immer mit dem englischen Spracheintrag versehen wurde. Das heißt, hier wäre jetzt eben immer 1 ausgegeben worden und hier wäre 2 ausgegeben worden. Und dafür gab es keine Möglichkeit, das irgendwie automatisch zu fixen. Und das ist jetzt unter anderem auch gelöst. Ich hoffe, das hat euch erstmal einen ganz guten Überblick gebracht über die allgemeinen Neuerungen in InDesign CC 2018, wie es euch verfügbar gemacht wird. Ladet euch die neue Version runter, probiert alles aus. Ich vermute, ich werde auch noch das ein oder andere Videotutorial zu den Einzelthemen online stellen. Dann viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So. Bis zum nächsten Mal. . So. Vielen Dank.